Jetzt ist es an. Ja, mach die Metalldinge. Ist ok, ich schneide es weiter. Ist es an jetzt? Ja, es fehlt. So, ist es bereit? So. So. Ich guck an, ob es fett ist. So. Jetzt sagen wir hier auf. So. So. So, mach aus. Ja, ich kann dir sehen. Ja. Und guck mal, wie aussieht.